Hermann braucht natürlich relativ viel Beschäftigung und damit er auch nicht beschäftigt ist, habe ich jetzt auf Anweisung von den guten Leuten ein Bälchenbart gekauft. Jetzt gucken wir mal, ob ihr das findet. Ein Bälchenbart wird nicht benutzt, es wird nur der Karton mit einem Bein benutzt. Super, geh mal rein, mein Guter. Guck doch mal so, jetzt könnt ihr kein was tun. Bis zum nächsten Mal.